Hallo liebes Licht, herzlich willkommen zu deiner entspannten Auszeit. Wie schön, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, um bewusst abzuschalten und neue Kraft zu tanken. Die nachfolgende Entspannungsreise beinhaltet die vollständige Anleitung der Grundstufe des autogenen Trainings. Wenn du das autogene Training erst einmal kennenlernen und im Kleineren ausprobieren möchtest, dann klicke jetzt bitte auf den Link oben rechts. Ansonsten bleibe gerne direkt hier und begib dich mit mir in eine wunderschöne Abendstimmung am Meer in Verbindung mit dem autogenen Training. Mein Name ist Carmen von Medi4Life. Ich freue mich, dass ich dich auf dieser entspannten Reise begleiten darf. Bitte unterstütze meine Arbeit und diesen Kanal durch dein Like, Kommentar und Abo. Vielen Dank. Und nun mach es dir bitte ganz bequem und genieße deine entspannte Pause. Liege oder setze dich bitte so hin, dass du für eine Weile gut entspannen kannst. Vielleicht wählst du einen Stuhl, dein Bett oder das Sofa. Schließe bitte deine Augen und nimm dich wahr, wie du nun hier sitzt oder liegst. Bemerke, welche Stellen deines Körpers die Unterlage berühren. Komm ganz an, auf deinem Platz, bei meiner Stimme, bei dir selbst. Atme tief ein und aus. Deine Gedanken und Sorgen dürfen nun langsam weichen und Platz machen, um auf Reisen zu gehen. Auf die Reise zu einem wunderschönen Strand am Meer. Stell dir vor, du sitzt auf einer weichen Decke im Sand. Vor dir erstreckt sich das weitläufige Meer. Es wird langsam Abend. Du spürst die Wärme der letzten Sonnenstrahlen auf deiner Haut. Und siehst, wie das Wasser im Licht der Abendsonne glitzert. Die Wellen plätschern sanft ans Ufer. Und du atmest die salzige Luft ein, die vom blauen Abendwind herangetragen wird. Der Himmel färbt sich langsam in leuchtende Farben von Orange, Rosa und Lila. Während die Sonne sich immer weiter dem Horizont nähert. Plötzlich tauchen am Himmel hunderte von Vögel auf, die in einer perfekten Formation fliegen. Sie zeichnen kunstvolle Kreise und Muster in den Himmel. Als sie weiterfliegen, breitet sich langsam die Dunkelheit über dem Meer aus. Da siehst du, wie ein Licht aus der Tiefe des Meeres nach oben steigt. Mit diesem Licht springt eine Gruppe von Delfinen aus dem Wasser. Sie gleiten elegant durch die Wellen, spielen und springen. Bevor sie genauso wie das Licht wieder in die Tiefen des Meeres zurückkehren. Das Wasser ist nun in ein tiefes Blau getaucht. Während am Himmel die ersten Sterne beginnen zu funkeln. Du legst dich auf die weiche Decke, schaust in den Sternenhimmel und genießt die laue Sommernacht. Ein unendliches Wohlgefühl breitet sich in dir raus. Und so nimmst du nun auch wieder deinen Körper wahr, wie er hier sitzt oder liegt. Auf deinem Stuhl, im Bett, dem Sofa oder den Ort, den du dir für diese Entspannungsreise ausgesucht hast. Ich leite nun über zu den Formeln des orthogenen Trainings. Bitte spreche die Sätze für dich im Geiste nach und nimm ihre Wirkung auf deinem Körper wahr. Ich bin ganz ruhig. 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 Mein rechter Arm ist angenehm schwer. 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 Mein rechter Arm ist angenehm 무, mein rechter Arm ist angenehm schwer. Mein Atem ist ruhig und gleichmäßig. 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 Ich bin ganz ruhig. Mein Bauch ist strömend warm. 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 Ich bin ganz ruhig. Mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. 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 Ich bin ganz ruhig. Meine Stirn ist angenehm kühl. Mein Kopf ist klar. Meine Stirn ist angenehm kühl. Mein Kopf ist klar. Meine Stirn ist angenehm kühl. Mein Kopf ist klar. Meine Stirn ist angenehm kühl. Mein Kopf ist klar. Meine Stirn ist angenehm kühl. Mein Kopf ist klar. Meine Stirn ist angenehm kühl. Meine Stirn ist angenehm kühl. Meine Stirn ist angenehm kühl. Mein Kopf ist klar. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Genieße noch einen Augenblick die tiefe Ruhe und angenehme Entspannung in deinem Körper. Ich bin ganz ruhig. 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 Wenn du diese Reise zum Einschlafen angehört hast, dann darfst du nun übergehen in einen angenehmen und erholsamen Schlaf. Du bist ganz sicher und geborgen und wirst morgen sehr gut erholt erwachen und dich frisch und motiviert fühlen für deinen Tag. Wenn du an dieser Stelle ins Tagesgeschehen zurückkehren möchtest, dann nimm nun bitte einen tiefen Atemzug. Bewege deine Hände und deine Zehen, strecke dich etwas. Und wenn du soweit bist, dann öffnest du deine Augen und bist wieder ganz präsent im Hier und Jetzt. Lass die Übung gerne noch etwas nachwirken, bevor du wieder in deinen Alltag über gehst. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal. Deine Carmen Deine Carmen Deine Carmen Deine Carmen Deine Carmen Deine Carmen Untertitelung des ZDF, 2020